Ach so, weiss. Also, kann der Rabattverteil weg. Ja, ich habe jetzt hier nicht nur noch Chopper, Nami. Ja, ok, Chopper und Nami sind auch gut, aber das haben wir nicht noch. Naja, sind jetzt bei hier gerade im Moment noch nicht so wirklich hoch, sag ich mal, oder gut gerankt so mäßig. Wir brauchen eigentlich auch mal was Neues, äh, Dings. Also neue Sachen. Sollte ich mal machen eigentlich. Nein, nicht das, sondern was anderes mit der Ausrüstung. Weil es gibt ja jetzt eigentlich noch relativ viel, was man denen da geben könnte. Ist halt die Frage, Shanzi und Lissop, ne? Muss mal gucken. Erstmal ist die Frage, was gibt es hier überhaupt alles? Grip, SP, Mum gibt es auf jeden Fall. Dann haben wir hier was mit LP. Haben wir auch noch irgendwas mit Angriff, Mum. Ich bin, Mum. Verteidigung. Lp. Verteidigung. Lp. Verteidigung. Lp. Lp. Verteidigung. Lp. 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 und jetzt schauen wir mal was wir noch alles haben wir haben ja noch verteidigung und mum und lp verteidigung ist jetzt das nicht mäßsichtigste würde ich mal sagen deswegen schauen wir mal was wir bei verteidigung alles haben hier verteidigung 142 oder verteidigung 107 okay 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 bum haben wir uns an die andere ah die abzeiten sind einfach gar nicht ja gut dann auf jeden fall war das die totoschauffe ja ist halt die frage wer mehr verteidigung braucht die 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 das Licht die � Wie viel Angriff hat er denn eigentlich? Angriff 1244 und Sandi. Könnte man natürlich auch noch mal rein geben. Damit er noch mehr Angriff hat. Jetzt hat er 1300. Nein. Dann würde ich ihm noch einmal LP geben würde ich sagen. Wie ich gesagt habe, das war glaube ich das mit der Chibi hier. Genau das. So. Jetzt hat er LP 1445. Und Sandi hat... Ja Sandi noch ein bisschen mehr. Aber... Sandi würde ich... Mommen könnte ich ihm noch geben. Ja. Eigentlich möchte ich diese Mommen machen glaube ich. Ansonsten... LP braucht der Ball eigentlich gar nicht. Weil er hat schon wieder LP. Verteidigung stimmt. Das könnte man auf jeden Fall auch geben. Machen wir mal. Und... Was haben wir jetzt hier noch? So. Ok. Wie gesagt brauche er eh nicht. ansonsten... Wommen... Wie ich die Angriff macht er nochmal? Ein Teil ist noch eine Große. Ja das ist einfach noch nicht. Wommen. Wommen. Ok, dann haben wir jetzt glaube ich noch Mumm, da haben wir einmal Mumm 100, also 68, 109, ne das ist LP, also 68, dann haben wir noch 142, ah 156, noch mehr, ja, also 156, das hier, kann man sogar auch drehen glaube ich, das passt nicht ganz hin, dann müssen wir es halt unten einsetzen, ja und was 2 hat, das haben wir bisher nicht, wenn es das noch so oft gibt, was nur so 2 Plätze wegnimmt, ja, dann stand sie halt jetzt erstmal voll, so mit, und halt auch Luskopf, Mumm, hat er jetzt 743, Verteidigung 793 und Christoph 576, ja, geht, Verteidigung 605 und Hansi 793, ja, ist doch schon mal relativ gute Ranks, folgst du immer noch König Hoka, macht mal die Augen aus, ihr werdet wissen, ihr Tottel, versteht König Hoka die Gründe nicht mal richtig, ich habe ja auch nicht wenn ich die Korte, die ich gerade nicht dabei habe, ja, in den alten Kreis oder in einzelnen nehmen, zur Hölle mit euch bin ich nicht, ich weiß, wie ich die Freunde ich verloren habe, genauso viele wie wir, das, 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 das werden wir euch regeln niemals verteilen. Meine Mutter ist wegen der Wasserknappheit gestorben, alles nur weil ich den Sofa Nebelin eingesetzt habe. Und der Tönig würde so etwas vorkommen, das niemals benutzen, er liebt unser Tönigreich. Die Türre hat meine Heimatstadt, der immer nur den Rest zu geben, alles nur weil ich den Sofa den Regen aus Alabaster gestorben habe. Genau wie in Sofa, dafür muss er buchen. So egal von sich, das ist unsere letzte Verteidigung, die mir lacht niemanden durch. Ah, da hinten ist sie hier. Sobald die Türrein und Waffe standhaft bleiben, wir dürfen sie nicht durchlassen. Ja, wir halten sie mit allem auf, was wir haben. Wir tun was Nötiges, um durchzubrechen. Ja, der Palast liegt direkt vor uns. Die Waffen sind die gleichen wie unsere. Woher habt ihr nicht die? Woher soll ich das wissen? Wir haben uns unsere Unterstützer geschickt. Geht aus dem Weg, wir wollen nur Tönig-Kofa-Kopf. Geht aus dem Weg, chassis! Finger – bald – bald! Wösaal Gott! Synddi Jessica swimming halt in Biste obligiertes Ehrlingele Möfler zuхör. Sie sehen uns kein鼓réhet. Votrotros-Kofa! Votrš anticipate. Ihr dürft hier nicht Kerle, mit uns könnt ihr euch nicht aufnehmen. Jetzt können wir hier vertreten, aber wieder die Fake-Dinger, die so nicht gehen. Ich mache mir Sorgen um Levi, wir müssen dorthin, wo sie runtergefallen ist. Ich mache mir Sorgen um Levi, wir müssen dort hin, wo sie runtergefallen ist. Ah ok, da kann man vielleicht einfach nicht mit lang. Ah, hier ist wieder ein Würfel. Stunty-Durchspot. Jetzt gleich mal rein da. Ja, letzte Spiel. Ich kann höchst nicht nur wo die Cold-Shot, das ist das letzte bei ihnen, aber es ist die Frage, ob man das bei ihnen dann noch weiter machen kann. Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet, aber ihr werdet für das wissen, was ihr Kero angetan habt. Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet, aber ihr werdet für das wissen, was ihr Kero angetan habt. Gut nicht für Unschuldig, wie ihr gehört haben, ist Corsa im kritischen Zustand, nachdem ihr ohne Vorwarnung offen geschossen habt. Was, das habt ihr doch Kero angetan. Das war mir definitiv. Das war mir neu. Was hat ihr gebrochen, war ein riesiges Arsch mehr. Was, das war ich. Elin, war ein, was du nicht mehr? Ich war ein, was du nicht mehr. Ich besiede mich, was du nicht mehr so ein, was du nicht mehr so ein, was ich.